Ihr Kind ist kurzsichtig? Was wir für Ihr Kind tun können? Myopie-Kontrolle! Aber zuerst mal, was ist eigentlich Kurzsichtigkeit? Kurzsichtigkeit nennt man in der Fachsprache Myopie. Die Folge ist ein Wachstum des Auges in die Länge und eine unscharfe Abbildung. Und genau das macht es dem Kind dann schwer, Texte in der Ferne, wie zum Beispiel an der Wandtafel in der Schule, scharf zu sehen. Normalerweise wird man im Alter von 6 bis 12 Jahren kurzsichtig. Und diese schreitet in der Jugend immer weiter voran. Das Problem sind nicht nur immer dickere Brillengläser. Eine Myopie erhöht zudem drastisch das Risiko von Augenerkrankungen, wie Netzhautablösung und Makuladegeneration. Wenn sich die Kurzsichtigkeit schnell entwickelt, dann verschlechtert sich die Sehleistung Ihres Kindes schon nach einigen Monaten aufs Neue. Das kann die Schul- und Sportleistungen beeinträchtigen. Zum Glück gibt es heute Möglichkeiten, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zu bremsen. Orthokeratologie oder Nachtlinsen, die man während des Schlafens trägt und so während des Tages ohne Sehhilfe gut sieht. Multifokale Kontaktlinsen Spezielle Kontaktlinsen, welche das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bremsen. Spezielle Brillengläser Brillengläser mit optimierter Optik unterstützen das Sehen in der Nähe und vermindern das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit. Atropin-Augentropfen Stark verdünnte Atropin-Augentropfen vermindern das Fortschreiten. Wie kann man das Risiko einer Myopie noch vermindern? Regelmäßige Untersuchungen der Augen So bleiben die Myopie und das Auge immer unter Kontrolle. Nahtätigkeiten beschränken Zu langes und zu nahes Sehen und eine falsche Fokussierung strengen das Auge extrem an. Zeit im Freien verbringen Tageslicht unterstützt eine gesunde Entwicklung des Auges. Kontaktieren Sie uns jetzt für einen Sehtest. Zeit im Freien verbringen Okay, das ist die Zeit im Freien verbringen Aber dabei ist der Zeit im Freien verbringen Und da ist die Zeit im Freien verbringen